Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den Bau und das Reaktionsverhalten der Karbonylgruppe. Das Video ist folgendermaßen strukturiert. 1. Aldehyde und Ketone. 2. Struktur der Karbonylgruppe. 3. Elektrophil und Nukleophil. 4. Reaktion am elektrophilen und nukleophilen Zentrum. 5. Zusammenfassung. 1. Aldehyde und Ketone. Aldehyde und Ketone enthalten die Karbonylgruppe, die aus dem vierbindigen Kohlenstoffatom und einem zweibindigen Sauerstoffatom besteht. Die Karbonylgruppe ist gekennzeichnet durch die Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. Wenn eine der freien Bindungen durch einen organischen Rest R abgesättigt wird und an der anderen Bindung ein Wasserstoffatom H sitzt, so sprechen wir von einem Aldehyd. Man kann dafür auch abgekürzt schreiben R-C-H-O. Wenn an beiden freien Bindungen, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und die Zensuren ohne hochverfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020